hey leute endlich ist es soweit stone chart ist erschienen nach so einer ewig langen zeit vor circa einem jahr ist der prolog dafür erschienen was im prinzip demo version sein soll soweit ich das verstanden habe ich habe es noch nicht gespielt ich habe das damals auch nicht gespielt ich wollte darauf warten bis das komplette spiel erscheint ja komplett ist jetzt so eine sache es befindet sich noch im early access ich habe es mir geholt das ist momentan im angebot bei steam und ich glaube wenn ich da jetzt nicht was durcheinander bringe für leute die darkest dungeon besitzen gab es noch mal gutschein also ich habe es für knapp 11 euro und ein paar zerquetschte bekommen ich glaube das kostet nun mal so knapp 15 euro 14 euro irgendwie sowas ihr seht auch es gibt es auf deutsch und noch mal kurz was zum early access zu sagen bisher ist der spielumfang also was ich so gelesen habe noch nicht so groß aber sie arbeiten fleißig daran und ich gehe jetzt auch nicht davon aus dass das ein spiel ist was die entwickler einfach in der versenkung verschwinden lassen werden und nichts mehr machen werden ich habe ganze zeit so ein bisschen die entwicklung verfolgt und es gab immer mal wieder updates also da tut sich schon immer was auf jeden fall deswegen habe ich es mir auch schon gleich im early access geholt ich freue mich auf jeden jeden fall drauf das schauen wir uns mal gemeinsam an wie gesagt ich habe es noch gar nicht gespielt es gibt ein gesundheitssystem ich bin da immer so ein bisschen skeptisch auch mit essen und so in solchen spielen mal gucken vielleicht macht es das sehr gut es gibt auch ein wie nenne ich das wie hieß das denn psychosystem das heißt man kann auch wenn schlecht läuft wahnvorstellungen und kram bekommt das ist auch sehr interessant und ich würde fast sagen in letzter zeit ist so an roguelikes als ja unbasierten spielen zwar sozusagen nicht wirklich irgendwas richtig gutes erschienen vielleicht vergesse ich jetzt auch irgendwas aber wenn ihr solche spiele mögt dann schaut euch das auf jeden fall mal an ihr könntet ja das video gucken ihr könnt euch aber auch den poliolog anschauen könnt ihr kostenlos auf steam daumen loden wir schauen uns jetzt erstmal die einstellung an ach ja und meine frage hättet ihr dazu gerne let's play also ich bin halt momentan ein bisschen ausgelastet das nur nebenbei ich würde da gerne was zu machen vielleicht aber auch später wenn es mehr inhalt gibt mal gucken auf jeden fall werde ich mir das hier warm halten wir gehen erst mal kurz ins options menü ihr seht man kann es auf deutsch stellen was bestimmt einige sehr erfreuen wird mich auch bin ich ganz ehrlich gut was haben wir denn hier sprite wackeln kann man ausstellen ist alles klar sprachen habt ihr hier ein paar zur auswahl alles klar und tipps und so weiter ich lasse das mal an inventar schließen nach dem beute fenster geschlossen wurde lassen wir das erstmal aus schadensnummer ja den ganzen kram tipps lassen wir auch erstmal an videoeinstellung ok auflösung klar vollbild wie sink obwohl ich wie sink eben aktiviert habe ist der haken wieder raus ok gut egal es ist early access also wenn es da noch probleme gibt habe ich da selbst jetzt nicht so das problem mit weil gut man weiß ja early access da kann halt noch mal kann es noch mal probleme geben so wir haben hier unterschiedliche sound regler das ist auf jeden fall schon mal sehr nett dass man hier so eine große auswahl hat dialoge musik umgebung steuerung kann man hier neu belegen und so weiter und so fort gut das nur nebenbei wir starten einfach mal rein starten ein neues spiel also das sieht auf jeden fall super aus ich finde die grafik so genial was wo bin ich das ist sogar zum teil sind die dialoge hier vertont das ist ja klasse ich habe aber auch schon gehört es soll schon etwas schwerer sein und wenn ich jetzt mehr wenn ich vor allen dingen wenn ich an das gesundheitssystem denke und dann dieses psychisches system das kann einem glaube ich schon ganz schön ins knie schießen aber gut das ist bisher nur so meine vermutung so und ja ach ich sag's jetzt einfach mal wenn euch das hier gefällt dann würde ich mich sehr über eine bewertung freuen vielleicht auch über ein ab wo ich versuche auf jeden fall weiter solche spiele perlen bei mir auf meinem kanal zu bringen immer mal wieder was neues immer mal wieder was interessantes wenn ich was finde gut da stecke ich halt nicht drin wenn ich da ist es gerade nichts da aber ich versuche da immer die augen offen zu halten und ihr würdet mich da vor allen dingen schon dadurch unterstützen dass er meinen kanal abonniert oder man video wertbewertungen gibt dass ich auch hier und da mal spiele key so bekomme das macht die ganze sache schon sehr viel einfacher gut gucken wir mal was gibt es denn hier das sind alles wenn du da ist eine leiche öffnet ein inventar mit i ok ach ja und wenn ich hier irgendwas verplane oder verpeile wie auch immer wie gesagt ich hab's mir noch gar nicht angeguckt also das kann halt passieren bei solchen erst eindrucken hier kannst du deine ausrüstung verwalten und gegenstände verschieben ja das kennen wir ja schon das ist gegenstand rechte maustaste blablabla alt mb lmb tipps lassen wir mal an ach so geht das man muss einfach nur die fesseln entfernen um sich zu befreien ok es ist ja wollte ich die mitnehmen sie sind so verrostet dass man sie problemlos entfernen kann ich würde mal sagen ich schmeiß die hier einfach mal weg was hat er denn suche umgeben die interaktive objekte können durchsucht werden um die leiche zu durchsuchen fahre mit der maus darüber und drücke lmb die linke maustaste oder linken maus button wie auch immer eben jetzt die gegenstände auf um alles auf einmal aufzunehmen drücke die schaltfläche mit dem pfeil dann sacken wir mal alles ein du leidest an hunger und du hast je stärker sie sind desto schlechter ist dein gesund gesamtzustand oder auch mein gesundheitszustand so oder so wie man gesundheit definiert bedürfnisse um sie zu stellen bewege die maus über essen und wasser und rufe das kontextmenü auf rechte maustaste wähle die option essen und trinken entsprechend aus es ist auch möglich elemente schnell zu verwenden indem du alt linke maustaste drückst ok gut dann man kann das auch zusammenführen brot essen voilà die triche haben wir hier verwendung drei von drei jede sich selbst respektiert jeder sich ne jede sich selbst respektiert jeder sich selbst für respektierende die pat ein von diesen war voll stand gerade voll auf dem schlauch weil dann eher fehlt stand auf dem schlauch auf dem wasserschlauch genau nein gut schlösser knacken gelegentlich wirst du auf verschlossene türen stoßen um sie zu öffnen kannst du spezielle gegenstände verwenden die triche brecheisen oder passende schlüssel alles klar öffne das schloss mit einem dietrich rufe dazu das kontextmenü mit der tür mit m b auf und wähle die option schloss kranken schloss knacken nicht kacken gut so knacken wunderbar dann gehen wir mal heraus ich finde es auch super dass man das mit der maus steuern kann bei den einen oder anderen rohklex geht das halt nicht ich habe dich jetzt hier über labert das tut mir leid aber ich habe zu spät geschaltet kommt hin und wieder vor manchmal mehr als weniger ok waffen und den rest finden da ist eine eisenstange das ist doch schon mal ganz tolle waffe bestimmt gewöhnlicher streitkolben zwölf schmetterschnaden schaden nicht schnaden blockenschance plus drei prozent energiekosten fertigkeiten plus zehn prozent haltbarkeit immerhin 94 von 100 mit diesem mit diesem ding geschlagen zu werden ist nichts womit man leicht umgehen kann nee auf jeden fall nicht da ich möchte auf jeden fall nicht mit einem eisenstange geschlagen werden am besten mit gar nichts das wäre noch besser so was haben wir denn hier hallo ich würde habe ich da jetzt was ein stets was eingesammelt warum hat tatsache rote beete um minus fünf prozent immunität plus zwei prozent verdirbt sogar gott so schön reif aber gut das steht halt da wirklich bei bei anderen sieht man es dann halt nur an der an dem bildchen immerhin glaube ich guck erst mal was haben wir denn hier noch so da ist noch eine leiche ich würde fast sagen ich habe jetzt noch moment ich habe jetzt noch drei aufladungen das sieht man bestimmt auch hier an diesen drei weißen 33 weißen vier ecken so knacken wir dich mal rostige fesseln na gut das war jetzt nicht so toll und hier die ganzen menüs und den ganzen kram ich glaube das ist ja sowieso alles hier noch tutorial würde ich mal schätzen das kriegen wir bestimmt alles noch gezeigt und ich gehe da jetzt erstmal nicht drauf ein weil es wäre dann vermutlich so ein bisschen doppelt gemoppelt so was ist denn hier los was hast du denn für mich hat sich jetzt nicht so gelohnt aber wir können hier mal ganz kurz gucken wir können das natürlich sortieren waffe wechseln geht natürlich auch gold haben wir hier ja das ist halt das inventar es gibt schon ein paar slots also für ein paar items auf jeden fall finde ich gut vielleicht gibt es in dem spiel ja auch später set items oder so ein kram in so diablo geschädigt aber mehr zwei als drei zellen sind entriegelt und die blutsporen sind frisch sieht aus als wären alle irgendwo hingebracht worden ich habe jetzt schon wieder nicht gehört weil ich geredet habe weil er doch ein bisschen leise ist vom ton okay ansonsten da sind noch fässer die machen wir erst mal kaputt ich kann man irgendwie rein so das sieht zwar sehr schick aus ziehen käse haben wir hier nehmen wir den mal mit glaube ich werde das video auch ein bisschen länger machen dann können wir uns das alles hier mal ein bisschen genauer angucken und gar minus 20 prozent ob das ist natürlich schon sehr nett aber hält nur sechs tage riecht seltsam schmeckt aber gut genug wo sehe ich denn mein mein hunger zustand mein gesundheits zustand denk mal hier oben gibt es ein paar icons ich glaube der mag mich nicht kampf stone chart ist ein runden basiertes spiel bei dem fast jede aktion einen zug erfordert gegner agieren nur wenn dein zug endet also kannst du dir zeit nehmen und deine aktion durch denken als ob ich sowas machen würde falls nötig kannst du deine züge überspringen indem du hertaste oder 5 drückst okay ja gut töte die wache dazu nähere dich ihr und drücke linke maustaste um anzugreifen du kannst auch gegner untersuchen um mehr über sie zu erfahren öffne das kontextmenü des gegners durchdrücken von der rechten maustaste und wähle die option untersuchen ich glaube das mache ich jetzt mal als erstes weil ich würde gerne mal sehen das ausschaut ok das ist eine prose lüten wache vampire karmelsin roter bunt was für name ebenbürtig feindlich ja gut ebenbürtig ist halt gegner level im prinzip gesundheit ja ja energie arcane resistenz und das ist hier auf jeden fall sehr interessant also hätten wir irgendwas mit heiligen schaden wenn wir 50 prozent mit damage machen dieser neuling war mit der aufgabe betraut dich zu bewachen er hat bisher keine sehr gute arbeit geleistet habe ich kein problem mit so hauen wir dich mal sieht doch bisher ganz gut aus hält aber schon ganz schön viel aus muss ich ja mal sagen so da haben wir durch jetzt den stich schaden rüstungs durchdringung plus zehn prozent blutenschance gut unterschiedliche stats gibt es hier natürlich genauigkeit krit chance üblichen altbekannten energiekostenfertigkeit minus zehn prozent gut eine behelfsmäßige klinge die in ein tuch gewickelt ist eine übliche waffe von straßenkindern und vagabunden könnte ich die jetzt in beide hände nehmen warum nicht mehr waffen in den händen mehr schaden so läuft das doch oder nicht so dann gehen wir hier erst mal aus wir haben das wir haben da sogar 300 xp für bekommen hier haben wir das alles nochmal aufgezeigt was da gerade passiert alles klar ich würde sagen habe ich denn hier hunger und immunität ich könnte mal irgendwas mit mit heilung gebrauchen vielleicht habe ich da unten auch irgendwas übersehen so eine blöde art zu sterben ja was ist denn eine gute art zu sterben einfach tot umzufallen aber das war's dann auch schon glaube ich glaube ich würde lieber verbluten als verbrennen aber okay soll jetzt hier nicht zu düster werden fallen du wirst oft auf versteckte fallen stoßen du kannst sie passiv entdecken die chance eine falle zu entdecken hängt von deinem wahrnehmungsattribut ab sowas gibt es also auch okay wenn du sofort wissen willst ob es in deinem sichtfeld fallen gibt kannst du deine grundfertigkeit fallen erkennen anwenden die wurde gerade deiner fertigkeitsleiste hinzugefügt das ist mir gar nicht aufgefallen aber gut so so geht da noch irgendwas bei aktiv irgendwann mal die 1 die falle wurde aufgedeckt es bleibt nur noch sie zu entschärfen nun kann man das kontextmenü der falle durch drücken vom recht von der rechten maustaste aufrufen und die option entschärfen wählen es ist auch möglich eine falle beim darüber gehen zu vermeiden versuchen zu vermeiden zu versuchen aber es ist eine riskantere option die sich für eher für charaktere mit hoher ausweichen chance eignet es ist besser sie vor als nicht zu benutzen okay gut alles klar dann entschärfen wir das doch mal steht sogar die chance bei 150 prozent vermeiden 40 prozent okay wir entschärfen wunderbar dann bekommen wir da schon mal keinen schaden hast du irgendwas für mich eine bauern schärfe ungeschickt sein chance minus ein prozent ungeschickt sein dass sie ist hier ein städt okay oder sie ist wahrscheinlich irgendwie glück luck hält die hose an ort und stelle aber das war es auch schon egal das reicht erstmal hauptsache ich muss hier nicht nackt rumlaufen okay wir haben eine wunde die ist scheinbar entzündet oh jetzt haben wir ja um was schmerz zustand schmerz ist ein zustand okay ungeschickt sein chance 7,5 prozent plus heilungseffizienz okay das wirkt sich dann auf eine ziemlich menge kram aus erlittener schaden plus zehn prozent das ist natürlich alles nicht so doll leichte bein verletzungen moraländerung minus 0,03 prozent schmerzgrenze gibt es hier plus zehn verursacht wir machen mehr lärm durch eine bein verletzung Wie darf ich mir das vorstellen ich humpel jetzt hier mit dem stock rum und der ist so laut oder wie Okay Energie und den ganzen kram ja ja das ist erstmal will mich auch nicht ewig damit aufhalten Wir wollen ja auch mal ein bisschen vorwärts kommen So hier gibt's kisten jede menge kisten Da haben wir ein wams das ist doch schon mal etwas da ist noch eine kiste Gleich mal alles einsacken Okay dann öffnen war das mal charakter Gut hier haben wir die ja es sind meistens spielen so haben fünf stats stärke beweglichkeit wahrnehmung vitalität willens kraft Okay und das steht auch immer schön bei was das beeinflusst das finde ich immer sehr nett als wenn man spiel hat wo dann gar nichts Beisteht und man sich das irgendwie selbst zusammen reiben muss ich hasse sowas Wir sind wären eine relikt sucher stufe 1 wird noch jede menge oh gott Ist das viel resistenzen was gibt's denn hier alles für resistenzen Physische resistenz naturresistenz magieresistenz schnittresistenz stichresistenz schmetterresistenz reißresistenz feuerresistenz giftresistenz Rostresistenz schockresistenz säureresistenz akkane resistenz heilige resistenz unheilige resistenz Psyonische resistenzenz und gott sagt das thema schnell hintereinander Und magische kraft Pyromantisch geomantisch Venomantisch ja 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 da die ok gut das ist aber erst mal wow Könnte etwas komplexer werden Medizin hier finden hier finden du alles hier findest du alles was über Über die gesundheit eines charakters wissen muss hunger durst vergiftung schmerz Anzeigen für die geistige gesundheit und auch den zustand deiner körperteile wir haben sogar körperteile ok Ja ich sehe schon warum das schwer sein könnte Wenn man da auf was auf was man hier alles achten muss ja das könnte wirklich Knifflig werden aber interessant auf jeden fall Du wirst verletzt wenn der zustand einer körperteile unter eine bestimmte schwelle fällt je nachdem wie sich der zustand einer körperteile Verschlechtert hat wird eine maximale gesundheitsschwelle niedriger du solltest mit der stabilisierung deiner verletzung beginnen schwebe über die Schwebe über die zustandsleiste deines rechten beins öffne das kontextmenü rechte maustaste und wähle die option Schiene anwenden ok Heilsalbe geht auch china da steht aber nichts noch weil so weiter dran china anwenden alles klar Stabilisierte verletzungen behalten ihre negative wirkung aber sie akkumulieren keine schmerzen mehr wenn der zustand des körperteils bis zu einer bestimmten Schwelle wieder hergestellt ist wird er vollständig heilen diesen prozess zu beschleunigen verwende eine heilsalbe ich wollte gerade schon sagen wodurch wie kann ich das denn wieder komplett heilen Heilsalbe tadaa Je niedriger deine gesundheit desto niedriger ist deine schmerzschwelle schmerzen machen die heilung weniger effektiv und können sogar tödlich sein wenn sie eine ausreichend hohe wert wenn sie einen ausreichend hohen wert erreichen sollte ich das noch mal korrektur lesen für den entwickler Nee Du kannst sie mit einer vielzahl von schmerzmitteln loswerden Zum beispiel mit einem äther inhalator benutze ihn um deine schmerzen zu verringern Also das sieht Nach mess aus aber okay ich habe da keine ahnung von ich wollte das nur noch festhalten Das sieht nicht nach e auch nicht nach äther aus das sieht aus wie ein käse inhalator aber hey Vergiftung plus 40 prozent schmerz minus 75 prozent Ein blablabla ihr seht das ja dieses bizarre gerät wurde einige dekaden zuvor von den von der alchemisten gilde erfunden seine dämpfe sind giftig aber sie lindern schmerzen und befreien den geist Okay ja Benutzen Die meisten schmerzmittel sind giftig oh gott ist ja auch super toll Ja nicht und erhöhen eine vergiftung eine vergiftung ist schädlich für den zustand eines charakters und ist unglaublich gefährlich Wenn sie einen ausreichend hohen wert erreicht in die ziere ein gegenmittel um sie loszuwerden Das ist eine vergiftung was macht das denn heilungseffizienz gesundheitsregeneration minus immunität minus was auch all diese Ja gut ich kann mir schon denken was das bedeutet dann benutzen wir das doch mal Du fühlst dich besser aber deine gesundheit ist immer noch niedrig die beste möglichkeit gesundheit wieder herzustellen ist der ruhe modus Wie bei meinem handy Der nur außerhalb des kampfes verfügbar ist und beschleunigt auch die zunahme von hunger und durst da sollte er sparsam eingesetzt werden Mit er in den ruhe modus wechseln um die gesundheit zu verbessern ja gut das kennt man halt auch aus anderen Roguelikes Ich bin ungeschickt Drücken wir mal Ja wir ruhen Wir sind nicht mehr ungeschickt Weiter ziehen gute arbeit jetzt durchsuche die anderen kisten bewaffne dich und mach weiter Mit alt können wir hier die beute hervorheben das ist auf jeden fall sehr praktisch weil wie gesagt das von der optik schon alles sehr klein und Das ist echt eine gute idee das so zu machen Ich könnte da auf jeden fall was übersehen da haben wir ein wams Ziehen wir den doch mal an oder Ja zerfledderte lumpen hat auch absolut keine haltbarkeit mehr Und Der wams hat zumindest ein paar resistenzen und wir können ein bisschen besser schleichen geeignet für eine nacht und ein Duell so oder so wirst du angemessen aussehen Das sieht man sogar am charakter darauf habe ich gerade geachtet weil das finde ich schon Es gibt spiele die machen das nicht und Ja vielleicht sollte einem das egal sein aber ich finde schon Es ist sehr viel ansprechender wenn man am charakter eine veränderung sieht wenn man was anderes anspricht Ich weiß auch nicht ist das auf jeden fall wichtig Ich weiß nicht wie es euch da geht So Schuhe Reiseschuhe Wir sind auch leiser Schuhe wie diese sind billig und tragen sich gut Eigenschaften die aller art von vagabunden ansprechen Vergiss nur nicht sie bei bedarf zu flicken Gut dass ich das L mitgesprochen habe So Was haben wir jetzt hier Und okay oben links haben wir dann im prinzip die quest was hier gerade so anliegt Gehe durch den gang Jetzt jetzt bei der tür probiert aber ich glaube ich habe auch kein Ja Von der anderen seite verschlossen Hallo Das hat aber gepasst Aufsteigen Du bist soeben eine stufe aufgestiegen Jede neue stufe ermöglicht es dir eine neue fertigkeit zu erlernen und deine attribute zu verbessern Hm Kommt mir doch irgendwie bekannt vor Meistens wird man stärker wenn man neue Fertigkeiten erwirbt und bessere Ausrüstung findet Die Attribute haben eine weniger ausgeprägte Wirkung sie verbessern nur leicht verschiedene Aspekte des Charakters Kennt man ja Drücken wir mal C Okay Du kannst mit der Maus über jedes Attribut fahren Jaja das haben wir schon gesehen Weise deine AP Einen beliebigen Primärattribut deiner Wahl zu Aber man sieht jetzt nicht wie viel das Also jetzt da steht ja Nahkampfschaden wird erhöht Das steht aber nicht um wie viel der erhöht wird Glaube Ich bin erstmal ein Freund von Vitalität Auf jeden Fall Man kann hier einmal einen Punkt reinstecken Man kann hier aber nicht wieder rausnehmen Sonst könnte man da unten halt gucken So packen wir da mal zwei Punkte rein Alles klar Da können wir noch was aufsammeln Würde ich mal sagen wir schmeißen hier die Eisenstange raus Frage ist ob es sich jetzt lohnt die zu behalten Nehmen wir mal die zwei Schiff Bein Dolche Gehen wir mal weiter durch den Gang Hier unten haben wir noch eine Tür Ob wir da jetzt durchkommen ist halt die Frage Bei der großen Verschlossen Knacken Geht sogar Okay Aber Moment wir hatten hier doch noch Andere Sachen Gebute Eigenschaften Artefakt wissen Jeder Runde hast du die 1% Chance Die Eigenschaften eines zufälligen Nicht identifizierten Gegenstandes In deinem Inventar aufzudecken Das ist doch nett Auf jeden Fall Biografie Okay Sind ein Reliktsucher und ein Mensch Ich lese das jetzt nicht vor Weil das wäre dann doch ein bisschen zu viel Des Guten würde ich mal behaupten Für so ein kleines angespielt Entschuldigung Entschuldigung So Was haben wir denn hier Manchire Fortified Weniger Durst Vergiftung Okay Texte schenke ich mir jetzt erstmal Da Haben wir hier eine Schiene Okay Gut gut Was gibt's hier Tolles Ein Stundenglas Okay das ist dann im Prinzip ein Item Für das sich nur Händler interessieren Wie scheint Nehmen wir das mal mit Das wird auf jeden Fall ein bisschen Gold bringen Zauber Sprüche gibt's natürlich auch Einige Fertigkeiten sind zunächst nicht zum Lernen verfügbar Um sie freizuschalten musst du eine entsprechende Abhandlung finden und lesen Okay das macht die Sache natürlich schon bei manchen Sachen schwieriger Du hast gerade eine davon gefunden Diese Abhandlung ermöglicht es dir mit dem Studium Des Pyromantie Fertigkeit Fertigkeitsbaums zu Beginn Öffne dein Inventar und rufe das Kontextmenü der Abhandlung auf und wähle die Option Lesen Dann lesen wir das doch mal Lieber Freund Ja ja dann haben wir hier so einen kleinen Dialog Man gibt doch ein bisschen Text hier in dem Spiel Jetzt kannst du deine frisch freigeschalteten Fertigkeiten lernen Öffne dein Fertigkeiten Fenster mit S Suche den Pyromantie Fertigkeitsbaum im Ordner Magie und gebe einen Punkt aus um den Feuersperre Zauber zu lernen Alle gelernten Fertigkeiten können in die Fertigkeitsleiste verschoben werden Wo sie mit den Tasten 1 bis 10 oder durch Drücken der linken Maustaste aktiviert werden können Das klingt doch mal total easy Gucken wir doch mal was es hier noch so gibt Jede Menge Waffen Das sind ja gut jede Menge Das sind halt so die Standard Standard Verdächtigen Aber es sind doch schon ein paar In manchen Spielen sind das echt noch weniger Werkzeug Sabotage Medizin Zwei Waffen Athletik gibt es hier Magie Pyromantie Da haben wir den einen Punkt Gut Dann haben wir hier Und das für jede Für jedes Ding hier gibt es so einen kompletten Fertigkeitsbaum Das ist aber schon ganz schön Komplex So Steht denn da wieviel man hier Kann man das dann noch irgendwie aufwerten Feuersperre Startet ein Gestöber von 3 Feuerblitzen auf das Ziel Von denen jeder 8 Feuerschaden verursacht Jeder Feuerblitz verursacht plus 30% an brennenden Zielen Passiver Bonus Den gibt es sogar auch 2,5% Pyromantische Kraft Ja Dann lernen wir das doch mal Dann haben wir das erstmal auf der 2 Moment wieviel 15 Energie braucht das Ist aber echt wenig Gehen wir mal weiter So was haben wir denn Was haben wir hier verschlossen Ich kann dich doch bestimmt knacken Da haben wir Kundschaft So wenn ich jetzt 2 drücke dann Das ist schon sehr praktisch Eher außer Reichweite Das hat so ein bisschen was von Fire Emblem Mit diesen Begrenzungen Das sieht es irgendwie Ja gut das kennt man halt auch aus anderen Spielen Aber das sieht Ich weiß nicht so von der Art und Weise wie diese Linie aussieht Ich muss ich an Fire Emblem denken So Bam 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 Eimer Und jetzt müssen wir vier Züge warten Bis wir wieder Ihr Feuer unter den Arsch machen können Ich lass ihn jetzt einfach mal kommen Ja das wird sowieso nicht mehr reichen Die Animationen sind auch schon sehr nett Dann haben wir nochmal so ein Dolch So was haben wir hier Buch aus einer Abtei Gucken wir mal Können wir bestimmt auch lesen Ein wirklich altes Buch mit angenagter Bindung und feuchten vergilbten Seiten Lesen Ehernte Das ist natürlich Gibt es da mehrere Bücher von Weil es fängt bei 3 an Also was mag ich ja nicht Wenn man so Bücher findet und dann Die durcheinander findet Bin ich ehrlich gesagt kein Fan von Aber Tagebuchseite 1 von 3 Können wir wahrscheinlich auch lesen Oder auch nicht Moment das war das Vielleicht kann ich das auch erst lesen wenn Ich alle drei Seiten habe Können natürlich auch sein Da ist der Ausgang Ok dann Gehen wir da doch mal hin Wir sind jetzt im Archiv Gucken wir mal Tagebuchseite 2 von 3 Alles klar Oder sind die vielleicht Ne doch Ach doch sieht man doch hier Kann man sogar einzeln lesen Ok Da haben wir die letzte Seite Und kann man die jetzt irgendwie Ne Kann man nur so lesen Hätte jetzt gedacht man kann die irgendwie Zusammensetzen Können hier aber Interessant wenn ich alt drücke dann werden die gar nicht Gehighlighted Diese Dinger Bücher Pyromantische Abhandlung Teil 2 Geomantische Abhandlung Ja gut ich lasse sie jetzt liegen Normal würde ich sie mitnehmen Aber ich will jetzt hier nicht so lange rumtrödeln Ich habe schon die ganze Zeit rum getrödelt Äxte Dolche Ich nehme jetzt mal hier das Buch für Dolche mit Oder ich werde es einfach mal lesen Gut das müsste ja jetzt bedeuten Ich habe hier was für Ne keinen Punkt Aber ich habe doch was bekommen Ich habe die Möglichkeit jetzt bekommen die Sachen zu benutzen wenn ich einen Punkt hätte So ist das dann wohl eher richtig So was haben wir hier Entzaubern Identifizieren Das nehme ich auf jeden Fall mit Auch wenn ich es jetzt eigentlich nicht brauche Schriftrollen sind wichtige Elemente die eine Vielzahl von Interaktion mit deiner Ausrüstung ermöglichen Ok Spruchrollen Gelegentlich kann es vorkommen dass du nicht identifizierte Elemente mit unbekannten Eigenschaften findest Um sie zu lernen musst du eine Identifizieren Spruchrolle verwenden Das System hat mir immer gefallen so Sachen zu finden wo man nicht weiß was die bringen Gibt es ja auch sowas wie Flüche wenn man irgendwas anlegt was man noch nicht identifiziert hat Wahrscheinlich Aha Ok Einigen die nicht identifizierte Gegenstände sind verflucht Sobald man sie ausrüstet kann man sie nicht mehr ablegen bis man den Fluch mit einer Entzaubern Spruchrolle aufhebt Hätte da jetzt vielleicht nicht vorgreifen sollen aber ok Verzaubern Spruchrollen ermöglichen es dir deine Ausrüstung zu verbessern indem du verschiedene vorteilhafte Effekte auf sie anwendest Ist alles klar Das sind ja auch die ganzen Sachen werde ich mir erstmal schenken gehen wir mal weiter Zu guter Letzt Alte Katakomben Das Tutorial ist abgeschlossen jetzt bist du auf dich allein gestellt Überlebe und finde den Weg zur nächsten Ebene Zu guter Letzt Und denk daran du bist nicht der Außerwählte viele Gegner sind genauso mächtig wie du Sei vorsichtig stürme nicht gedankenlos vorwärts Vermeide es mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu kämpfen Versuche einen Kampf gegen einen einzelnen Gegner zu erzwingen und nutze deine Umgebung Zum Thema nutze deine Umgebung Hier zum Beispiel dieser schmale Gang Wenn man mehrere Gegner hat zum Beispiel Nahkämpfer Dann ist es immer gut die in so einen Gang zu locken Da muss man nämlich im Prinzip stellt man sich hier hin und da muss man immer nur dagegen ein kämpfen Aber das nur kurz nebenbei So da haben wir eine Fledermaus Untersuchen wir mal eben Ok zurückstoßen, Resistenz minus 50% Also man sollte sich auf jeden Fall immer die Gegner anschauen Ähm, ich weiß jetzt nicht Also ich denk mal nicht, dass sich die Werte ändern oder die Resistenzen Wenn man ein neues Spiel startet Ich glaub das bleibt bei den Gegnern gleich Was aber auch nicht so das Problem wäre, weil man es sich ja immer jedes Mal anschauen könnte Gut, muss man sich das halt nur merken Gibt es denn hier noch irgendwas Was haben wir uns denn noch nicht angeschaut Bevor ich jetzt das Video beende Aufträge, Aufgabenkarte In der Beta nicht verfügbar Ruf nicht verfügbar, Gerüchte Also kommt noch jede Menge Aber es ist halt wirklich Early Access Das ist Modi Oh Modus, ok Angriffsmodus Ja gut, das ist selbsterklärend Runde überspringen Gucken wir nochmal kurz hier Lok kann man sich ansehen Ich würde sagen, das reicht aber erstmal für das Video Das ist schon ziemlich lang geworden Aber das Spiel, das macht bisher echt Laune Das ist sehr vielversprechend Und das hat auch eine Menge Tiefgang Also das ist momentan Was in letzter Zeit so erschienen ist An Runden Ich sag es rundenbasierten Roguelikes Aber Roguelikes sind Ja, immer rundenbasiert Momentan mein absoluter Favorit Und ich sehe jetzt derzeit nicht Was da irgendwie in der, also rankommen könnte Also wenn ihr sowas mögt Roguelikes und gerade lieber rundenbasierte Spiele mögt Ich glaube das ist ein ganz heißer Kandidat Auch wenn der Umfang noch ein bisschen Es ist noch ein bisschen schmächtig Es hat noch nicht sehr viel Fett auf den Ritten Aber ich glaube das wird nach und nach Ich bin da ganz positiv gestimmt Ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video Das war es erstmal wieder von mir Und bis bald